Hallöchen, boah, bin aufgestanden. Es ist jetzt 20 nach 1 und das Blöde eigentlich ist, ich bin schon seit 11 Uhr wach und konnte nicht mehr einschlafen. Warum auch immer. Also ich habe meine Vermutung, ich habe gestern Nacht irgendwie so eine ganze Flasche Cola getrunken, also so eine Cola mit erhöhtem Koffeingehalt. Und ich bin dann heute morgen ins Bett und um 11 Uhr bin ich aufgewacht, war wach. Echt ziemlich kacke. Ja, eigentlich habe ich heute gedacht, so das Wetter ist so geil. Also ich habe es ja gestern schon gesehen, dass es sehr schön werden soll, sonnig und was weiß ich. Und ich habe gesagt, bei dem Wetter muss ich eigentlich raus, ein bisschen Drohne fliegen, aber mir kam was dazwischen. Und zwar eine Bestätigung, dass der Osmo, nein, nicht Osmo, dass der DJI Pocket 2 heute geliefert werden soll. Und jetzt sitze ich hier mal wieder auf glühenden Kohlen, weil DHL natürlich keine richtigen Angaben machen kann, wann sie kommen, sondern da steht nur bis Ende des Tages. Das heißt, ich bin jetzt mehr oder weniger erstmal an die Bude gefesselt. Dabei hätte ich echt einen Grund dazu, Drohne zu fliegen. Weil, haha, es ist was passiert. Ich werde sehr wahrscheinlich am Freitag meine Drohne, also meine alte Drohne, meine DJI Mavic Pro 1 verkaufen. Ich habe jemanden gefunden, der sie haben möchte und das freut mich, weil die Drohne soll endlich wieder fliegen. Ich bin jetzt quasi schon am Akkuladen, damit man dann morgen auch direkt testen kann, dass sie auch noch alles das tut, was sie soll. Ich weiß ja, dass sie es tut, aber so für einen Käufer, ich kann das gut nachvollziehen. Also, ich würde auch ungern was kaufen wollen, so ein technisches Gerät, was quasi auch so, ja, filigran Technik hat, ohne zu wissen, dass es wirklich fliegt. Das würde mich sehr, sehr, naja, skeptisch machen. Deshalb, morgen kurzes Date, wir gehen raus, werden das Ding starten und eine kleine Runde fliegen. Und dann wechselt es hoffentlich den Besitzer. Ja, wie gesagt, ich warte auf die Post und andererseits ist heute Nacht wohl die DJI Mini 2 vorgestellt worden. Jede Menge Videos dazu und ich habe mir die Videos angeguckt und ich fand ja die Mini 1 schon sehr, sehr attraktiv, bevor ich die R2 hatte. Es sind heute lauter so Namen. Ist furchtbar. Aber auf jeden Fall, also, ich fand die schon interessant, einfach weil eine Mini eigentlich sehr, sehr gut zu meinem Flugverhalten passt. Also, ich bin ja eher so, dass ich sage, ich möchte mit der Drohne irgendwie durch enge Sachen durchfliegen oder halt ganz knapp an Sachen vorbei. Und deshalb sind bei mir, wenn ich fliege, meistens sämtliche Sensoren aus. Das heißt, die ganzen Sensoren, die die Mavic Air 2 an Bord hat, brauche ich eigentlich nicht. So, jetzt gibt es quasi eine 4K Drohne in mega klein mit einer guten Verbindung. Ja, aber wie gesagt, neben der Air 2 macht es überhaupt keinen Sinn. Ich werde jetzt ein bisschen in mich gehen. Eventuell werde ich die Air 2 verkaufen. Zugunsten einer Mini 2. Einfach weil sie zu mir besser passt als die Air 2. Weil so oft fliege ich ja jetzt wirklich nicht Drohne. Aber wenn ich Drohne fliege, habe ich halt so meine Vorstellungen, wie ein Drohnenflug auszusehen hat. Und da passt die kleine Drohne ohne Sensoren wesentlich besser dazu. Aber wie gesagt, nicht als Zweitdrohne. So was mache ich nicht, weil für Zweitdrohne fliege ich wirklich zu wenig. Also warum soll ich mir zwei Drohnen anschaffen, wenn ich es nicht schaffe, mit einer fliegen zu gehen. Heute wäre ich gerne geflogen, aber heute bin ich gefesselt. Zumindest so lange, bis der Pocket 2 hier ankommt. Wenn er ankommt, wird das Teil natürlich gleich ausgepackt. So, und dann werde ich sehr wahrscheinlich auch ein Video einfach so zwischenschieben. Weil das natürlich schon irgendwie so, ja, Video von Interesse ist. Auch wenn es schon 100.000 Unboxings gibt. Aber es stand ja auch in den Kommentaren. Sorry, ich habe jetzt leider gerade vergessen, wer es geschrieben hat. Aber ich habe quasi auch so gesagt, naja komm, Unboxing brauchen wir ja nicht. Gibt es ja schon wie Sand am Meer, weil die Firmen ja alles quasi schon vorher verschicken. Unfertige Produkte. Das ist mega. Total schlüssiges Konzept. Anderes Thema. Aber, ja, also wie gesagt, worauf wollte ich denn jetzt raus? Verdammte Hacke. Naja, also wie gesagt, in den Kommentaren hatte ich ja so gesagt, soll ich Videos zum zum Pocket 2 machen? Und dann kam, ja, ein Unboxing. Habe ich gesagt, nein, Unboxing gibt schon wie Sand am Meer. Ja, aber nicht von dir. Habe ich so gedacht, so, ist richtig. Also, ich habe da ja irgendwie, ich möchte ja gar nicht sagen, dass es ein eigener Stil ist, weil eigentlich, ich packe ja wirklich nur aus. Manchmal schneide ich mich dabei in die Finger. Nein, ist nur einmal passiert. Und das war eigentlich kein Unboxing. Egal, ich labere für den Anfang schon wieder viel zu viel dafür, dass es wahrscheinlich heute ein Tag wird, an dem noch echt was passiert, hoffe ich. Und ich hoffe, es passiert nicht zu spät, dass ich davon auch noch irgendwie was habe. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hoffe, dass er früh kommt. Es ist so schönes Wetter. Es wäre so kacke, den ganzen Tag drin hocken zu müssen. Naja, wir werden sehen, wann er kommt. Es heißt warten. Leute, es hat geklingelt. Ich habe mein Video fertig geschnitten und dann hat es geklingelt. Es war so, so richtig gut von der Zeit. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da ist nämlich mein Name und meine Adresse. Hey, der Pocket 2 ist angekommen. So, jetzt werde ich hier gleich mal so ein bisschen Video vorbereiten. Und werde das Ding auspacken. Ich bin freudig gespannt. Wir haben es jetzt 3 Uhr. Ich würde es ja am liebsten auch gleich ausprobieren heute. Aber wahrscheinlich, bis ich mit der Auspackerei fertig bin, ist wahrscheinlich dann die Sonne weg. Wir werden sehen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Saft in meine Zweitkamera reinjubeln, damit ich irgendwie eine zweite Perspektive habe. Ja, macht Sinn. Und dann schauen wir mal. Ich bin gehypt. Ich würde es am liebsten gleich aufmachen. Aber das ist das Problem, wenn du YouTube machst. Also du wartest den ganzen Tag auf den Scheiß. Dann kommt es und du würdest es am liebsten aufreißen, reingucken. Aber nein, macht man nicht. Nein, man versucht es zu filmen. Warum auch immer. Aber es macht sich ja Laune. Ich freue mich tierisch drauf. Ach, Leute. Das war mal wieder ein richtig schöner Kalter. Ich habe das ganze Video aufgenommen in Slow-Mo. Also gibt es kein Unboxing-Video von mir. Aber nicht schlimm. Dann muss ich jetzt nicht das Video schneiden, sondern kann noch ein bisschen rausgehen mit dem Teil, solange es Licht noch draußen ist. Ich habe gerade Pocket 1 und Pocket 2 am Laden. Und naja, Sonnenuntergang ist gerade... Na, ist noch nicht. Aber fast. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich meine Drohne auch noch schnappe. Also, aber eigentlich sollte der Pocket reichen. Naja, wo soll ich auch jetzt mit der Drohne schnell hin? Aber, naja. Also kein Unboxing-Video. Wieder die Klicks verschenkt. So ein Mist. Ich werde halt kein Technik-Kanal. So. Aber es hat Spaß gemacht auszupacken. Viele tolle Sachen drin. Gut, äh... Ja, würde ich sagen, ziehe ich mir was an, ne? So. Ich bin draußen und, äh, filme im Moment mit dem Pocket 1. Aber wir wollen natürlich eigentlich wissen, wie ist denn der Vergleich zum Pocket 2? So. Und das ist der Pocket 2. Internes Mikrofon, ähm... Und keine Weitwinkellinse extra draufgestellt, sondern das ist der normale Winkel, den er schon hat. So im Vergleich, so, äh, schon bedeutend weiter. Äh, finde ich ziemlich cool. Und jetzt schauen wir mal, was wir so für Aufnahmen machen. Sonne im Rücken, äh... Äh... Eins, zwei, drei. So, passt mal auf. Ja. Also so laufe ich hier rum und, wie ihr seht, das ist vom Bild her mega. Also vom Bildausschnitt. Ich finde es geil. Ich habe gerade festgestellt, dass ich vom Aufnahmemodus, äh, nur in 1080p war gerade. Also, jetzt ist es erst 4K. Hm, okay. Passiert. Ähm... Nichtsdestotrotz, ähm... Ist das natürlich jetzt auch alles der eingebaute Ton vom Pocket 2. Ich habe aber das Mikrofon mitgenommen. Denn ich möchte auch ausprobieren, ob es denn was taugt. Der Ton sollte, wenn jetzt alles klappt, vom, äh, Wireless-Mikro kommen. Und, äh, ich gehe jetzt einfach mal ein paar Schritte weg, weil dann sollte eigentlich der Ton so bleiben. Äh, bei meinem Glück fliege ich jetzt rückwärts aufs Maul. Aber ich hoffe mal nicht. So. Ich gehe einfach mal ein paar Schritte. So, es sollte funktionieren. Hoffe ich zumindest. Alles, was man an das Gerät anschließt, äh, will erst mal eine Aktualisierung, ist klar. Also, ich bleibe einfach mal hier. Und zwar, man, äh, verbindet sich das Gerät. Man findet ja erst mal den Pocket 2 mit dem Handy. Und dann wird das Gerät erst mal registriert. Und dann wird das erste Firmware-Update gezogen. Und egal, was man dann anschließt an Zubehör. Also, erst mal den, äh, kleinen Joystick. Schiebt man rein, wird aktualisiert. Unten den Allzweckgriff. So heißt er nämlich, äh, in der App auf Deutsch. Allzweckgriff. Äh, wird aktualisiert. Und wenn man das Mikrofon angeschlossen hat, ähm, wird auch dieses erst mal aktualisiert. Ich hoffe, das passiert dann nicht, äh, jedes Mal. Oder nach jedem Firmware-Update. Weil das ist ein bisschen nervig. Aber, wenn es nur einmal wäre, wäre es okay. Ich hoffe, das hat mit dem Ton geklappt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt das, äh, Mikro wieder ausgemacht. Das heißt, das ist jetzt der interne Ton von den internen Mikrofonen von beiden Geräten. Und, naja, also wenn ich das Licht nicht direkt von vorne habe, merkt man schon, der erste wird deutlich dunkler im Display. Das wird man wahrscheinlich auch in der Aufnahme dann sehen. Äh, naja, sobald ich mich halt irgendwie wieder so ein bisschen reindrehe, funktioniert es eigentlich. Ja, aber prinzipiell, also mir geht es ja um den Ton. Das ist der Ton vom Pocket 2. Jetzt ohne externes Mikrofon, sondern einfach nur so, wie er aus der kleinen Kiste rauskommt. Und jetzt im Vergleich, äh, mal zum Pocket 1, Osmo Pocket 1. Ähm, und ich werde das mal, also so würde ich es wahrscheinlich hochgepäst, und jetzt nehme ich mal den Pegel raus, so wie es im Original ist. Also so kommt mein Ton aus dem Pocket 1 raus, obwohl, äh, ich quasi auf die höchste Stufe gestellt habe. So, und jetzt gehen wir nochmal rüber. Das ist Ton vollkommen unbearbeitet vom Pocket 2. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin so, so am Ausprobieren hier, und ich finde es nur mega. So, ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg, denn ich habe noch ein bisschen Hunger. Aber ich möchte nochmal die Weitwinkellinse probieren. Das Lustige ist, wenn man die Weitwinkellinse aufsetzt, erkennt das der Pocket 2, und, äh, und man kriegt direkt so eine kurze Message im Display. Also, cool. Gut, also, nochmal kurz aufmachen, nochmal einen kurzen Zwischenshot, und dann, äh, setzen wir mal die Linse auf. Alles klar. Hier habe ich das kleine Teil, und jetzt setzen wir es mal auf. Mal sehen. Also, ich habe jetzt so den Arm so wieder so leicht gebeugt, also nicht komplett ausgestreckt, weil dafür bin ich viel zu faul. Und jetzt machen wir mal die Linse drauf. So. Ja, man merkt es, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht die Wucht, also, äh, ich würde mal sagen, oder? Ich bleibe mal kurz stehen. Ah. Ah, vielleicht doch. Ja, doch. Man, man merkt das schon. So, wenn ich jetzt mal den Arm wirklich ausstrecke, das ist jetzt ausgestreckter Arm, äh, würde ich sagen, da kann man schon relativ viel ins Bild bringen. Und vor allem jetzt wird es wirklich lowlight-mäßig. Geil, Sonne ist weg, es wird immer dunkler. Haha. Okay, nochmal. Linse weg. Mmh. Wupp. Linse wieder drauf. Und da muss ich sagen, das funktioniert wirklich gut. Also, der Magnet, ähm, was ja auch sein soll, ist, wenn man die Linse drauf hat und man schaltet den Pocket aus, dass er quasi merkt, dass er das Ding drauf hat und dann, äh, die Ausgangsposition ändert. Also, mit Linse nach außen. Normalerweise dreht er Linse nach innen, dass die Linse geschützt ist, aber wenn das, äh, extra Teil drauf ist, funktioniert das nicht, weil er ja dann zu breit ist und dann würde er andersrum drehen. Mega. Also, schlaues, kleines Kerlchen. Gut, dann, äh, laufe ich jetzt erstmal heim und wenn ich zu Hause bin, ist wahrscheinlich, äh, bei uns vorm Haus schon deutlich dunkler und dann machen wir nochmal, äh, wirklich einen Lichtvergleich. Ja, zu Hause angekommen. Wie gesagt, Sonne ist weg, es wird jetzt dunkel, ähm, und, ja, also ich sehe es schon auf dem Display, es ist ein immenser Unterschied, äh, ob das jetzt gut belichtet ist oder nicht, kann ich natürlich dann auch erst am Rechner sehen, aber prinzipiell würde ich sagen, ähm, ähm, ja, beim neuen sieht es deutlich besser aus. Ähm, ich bin natürlich sehr gespannt, äh, wie es dann bei mir aussieht, wenn ich ihn wirklich im Alltag nutze, wenn ich quasi auch in, äh, äh, die Cinelike arbeite und das Ganze dann noch selber bearbeite, einfach weil er, äh, ja, von der Kamera, vom Sensor her, ein bisschen mehr Informationen bringen müsste. Ich bin sehr gespannt. Gut, jetzt muss ich hoch, außerdem will ich nicht zu viele Aufnahmen machen, weil, äh, irgendjemand muss das ja schneiden, ne? Ich bin ja, ich bin ja schon fast froh, dass, das mit dem, äh, Unboxing nicht funktioniert hat, weil, ähm, das wäre immens Arbeit gewesen. Da bin ich schon froh. Ähm, was ich sagen muss, zu der Hülle, äh, finde ich gut, also man kann da ja, äh, drinnen hier die Weitwinkellinse und sowas reinmachen, ähm, wenn man das dann aber in der Tasche hat, ich glaube, das wird dann auf Dauer alles ziemlich, einstauben. Also, ob das wirklich so eine geile Methode ist, die aufzubewahren, weiß ich nicht, aber, äh, auf jeden Fall nice to have und, sie hält auch. Also, ich hab's jetzt die ganze Zeit in der Tasche gehabt, verrutscht nicht und nix, von da an, eigentlich sehr gut. Alles klar, das, äh, sollst du jetzt erst mal vom Pocket gewesen sein. Ich gehe jetzt hoch und dann, werde ich mir wahrscheinlich zusammen mit meinem Sohn irgendwas, äh, äh, Essensmäßiges, entweder zusammenwurschteln oder bestellen. Und, äh, nachher geht's zur Arbeit von da an. Nicht mehr wirklich was Spannendes. Jetzt kommt wieder das Schwierige. Wie macht man an so einem kleinen Gerät den Ausstieg richtig? Keine Ahnung. Wir sehen uns morgen. Bis denn. Tschau. Tschau. Musik 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 Vielen Dank.